Fußpilz kann so richtig unangenehm sein. Den meisten Menschen ist es zudem peinlich, wenn sie Fußpilz haben und sie möchten ihre Füße dann am liebsten verstecken. Der Pilz beginnt meist in den Zehen Zwischenräumen, die Haut ist dann aufgeweicht, sie kann rot sein und ganz übel jucken. Manchmal reißt die Haut sogar ein. Das ist aber noch nicht alles. Der Fußpilz kann sich auch ausbreiten. Wie gesagt, beginnt die ganze Misere meist zwischen den Zehen, dann bilden sich überall am Fuß auf einmal Bläschen und die Haut wird rissig. Und dann kann der Pilz schließlich auch noch den Nagel befallen. Die Ursache sind Pilzkulturen, die sich vor allem an öffentlichen Orten tummeln, zum Beispiel im Schwimmbad. Auch in der Sauna können sich die Pilze verbreiten und zwar durch ihre sogenannten Sporen. Die überleben nämlich auch heiße Temperaturen. Die Sporen oder Pilzkulturen bleiben dann an den Füßen kleben und wenn wir unsere Füße dann in warme Socken stecken, können sie sich ideal verbreiten. Gerade weil der Fußpilz so unangenehm ist, sollte man eine Ansteckung am besten vermeiden. Wie genau das funktioniert, verrate ich euch jetzt. Also gut aufpassen. Die wichtigste Maßnahme ist es, die Füße schön trocken zu halten, denn Pilze lieben eine feuchtwarme Umgebung. Das ist der ideale Brutplatz für sie. Nach dem Duschen oder Baden daher gut abtrocknen und die Zehen, Zwischenräume nicht vergessen. Auch da schön trocken machen. Manche nehmen dafür sogar ein Föhn zur Hilfe. Wenn ihr dann Socken anzieht, solltet ihr solche aus Baumwolle verwenden. In Socken aus Synthetik schwitzen die Füße nämlich mehr und bei schwitzigen Füßen kann sich ein Pilz schneller vermehren. Deshalb solltet ihr auch darauf achten, dass eure Schuhe atmungsaktiv, das ist immer so ein schönes Wort, die Schuhe sollten atmungsaktiv sein, damit der Schweiß dann eben auch nach außen abtransportiert werden kann. Die getragenen Socken dann bitte auch täglich wechseln und bei 60 Grad in der Maschine waschen. Das gilt übrigens auch für Handtücher, mit denen ihr euch abtrocknet. Wer häufig unter Schweißfüßen leidet, der kann es auch mal mit Fußbuder versuchen. Auch spezielle Einlagen sollen helfen, die Schweißbildung zu verringern. In Schwimmbädern und Saunen bitte außerdem nie barfuß laufen, sondern schön die Badelatschungen anziehen. Übrigens solltet ihr auf die Fußdesinfektion in Bädern verzichten. Der Boden unter der Desinfektionsanlage ist nämlich meistens mit Pilzen geradezu verseucht. Außerdem sind die Anlagen wirkungslos, denn die Sprühdauer und die Benetzung der Füße mit dem Mittel ist viel zu gering. Hat euch dann doch mal ein Fußpilz erwischt, solltet ihr damit zu eurer Ärztin oder zu eurem Arzt gehen. Sie werden euch ein antimikotisches, so heißt das, Mittel verschreiben, also ein Medikament oder eine Salbe, die die Pilze abtötet. Falls ihr unsicher seid, wie ihr es anwenden sollt, könnt ihr auch bei euch in der Apotheke nochmal fragen, wie wende ich es denn eigentlich ganz korrekt an. Bei Hausmitteln wie Teebaumöl oder Apfelessig ist die Wirksamkeit gegen Fußpilze nicht wissenschaftlich bewiesen. Also auch hier keine Experimente, sondern dann lieber gleich zur Ärztin oder zum Arzt. Ihr seht also, Fußpilz vorzubeugen ist gar nicht so schwer. Und auch wenn ihr euch dann mal einen Pilz eingefangen habt, ist das noch nicht der Untergang. Es ist alles nicht ganz so schlimm, wenn man ihn richtig behandelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.